Eng ist ein dehnbarer Begriff, Genie, das wollte ich hören, genau das ist es, genau, ich habe mir Notizen gemacht, was wir heute machen und zwar wollen wir heute über Ausrüstung reden und uns was ansehen, denn ich habe ein paar Sachen geschickt bekommen, die möchte ich euch zeigen und ich habe in letzter Zeit so, so viele Nachrichten gekriegt, was für Schuhe trägst du da, was ist dies, was ist das, was ist jenes, dass ich mir eigentlich mal dachte, wir schauen uns das Ganze mal an und reden einfach mal ein bisschen über Ausrüstung. Ja, was ich persönlich so auf den Touren mitnehme, das machen wir jetzt einfach hier, ohne dass ich das großartig zeige, ohne dass ich da so ein großes Theater von mache, nein Leute, wir machen das ganz live on stage und werden den ganzen Lachs einfach mal zeigen, ich werde in der Zeit mal mit dem Stuhl ein klein wenig hochfahren, so, auf diese Höhe ungefähr, kann ich ein bisschen besser arbeiten, so werden wir es machen. Oh, der Heiko ist auch am Start, ich bin so, so begeistert, weil ich glaube, das ist eine Sache, die viele Leute interessiert, ich glaube, dass viele Leute nicht so richtig den Durchblick davon haben, was vielleicht wirklich sinnvoll ist, dabei zu haben und was nicht. Und ich war jetzt ja gerade mit dem Felix wieder wandern und da ist uns einfach, wir sind ja mit ganz, ganz wenig Gepäck gewandert, wir sind ja wirklich auf Ultraleitbasis sein Urgroßvater unterwegs gewesen, wir hatten ja noch nicht mal Essen mit, wir haben wirklich nur Schlafsack, Isomatte, den Rucksack eben, der relativ klein war, mit einem Volumen zwischen 22 und 30 Litern. Und dann hatten wir einen Löffel mit und eine Powerbank und einen Parkus und eine Trinkblase, um Wasser reinzufüllen und eine Vliesjacke, falls es kalt wird. Das war's. Das war's. That's it. Das hatten wir dabei. Soll aber gar nicht speziell um die Ausrüstung gehen, die wir bei der letzten Wandertour jetzt dabei hatten, sondern im Allgemeinen einfach um Ausrüstung gehen, weil, ja, ich glaube, euch interessiert es. Ich werde in der Zeit mal so ein paar Sachen raussuchen, was ich so selbst benutze. Ich gehe jetzt gar nicht speziell auf irgendwelche Marken oder so. Ich zeige euch jetzt einfach, was ich so habe oder auf irgendwelche Seiten, wo es diese Marken gibt. Ich suche jetzt wirklich einfach explizit ein paar Sachen raus und dann können wir uns das angucken. Zwei Sachen suche ich jetzt schon mal vom Globetrotter raus. Das ist ja so einer der bekanntesten Outdoor-Läden, würde ich meinen. Nein, die haben da natürlich recht viel von dem, was ich, also da kaufe ich halt öfter ein. Dann gibt es natürlich aber auch noch andere Läden, die ich nutze. Rucksack. Okay, also Rucksack aber fürs Wandern. Isomatte und Schlafsack. Okay, also geht ihr eher auf zum Thema Wandern, weil Lotsplace-Ausrüstung ist halt auch schon, da brauchst du nichts Besonderes eigentlich. Dann gehen wir eher aufs Thema Wandern heute, würde ich auch meinen. Ist nur die Frage, gehen wir aufs Thema Ultraleit oder beziehen wir uns heute aufs Thema Wandern im Allgemeinen? Weil Rucksack ist halt ein sehr, sehr schweres Thema. Da kommt es ja wirklich drauf an, was ihr, was ihr, ähm, was ihr haben wollt, ne? Wir, wir gehen vielleicht wirklich auf die Globetrotter-Seite, weil da gibt es halt das meiste. Wir können sonst halt auch auf Amazon gucken, wenn wir was anderes nicht finden. Ich würde einfach mal sagen, wir schwenken mal kurz um auf Reaction-Ansicht. Wir gehen einfach mal rüber. So, wir sind jetzt hier einfach mal auf der Globetrotter-Seite, Leute, und können jetzt hier einfach mal eingeben. Gut, sagen wir, wir fangen an mit Rucksäcken, ja? Rucksack. Gehen wir einfach mal rein. Jetzt ist ja schon das große Thema, hier ist ja ganz gut unterteilt, nach Trekking-Rucksäcken, Tourenrucksäcken, Tagesrucksäcken und so weiter und so fort. Ich persönlich würde jetzt sagen, wir gehen einfach mal aufs Thema Tourenrucksack, weil das so dieses gutes Mittelmaß ist, ja? Ja, ich persönlich habe für kleinere Touren, ich zeige jetzt einfach mal, was ich für kleinere Touren habe, dann kann man das vielleicht so ein bisschen jetzt staffeln nach dem, was ich für größere und für kleinere Touren habe. Ich glaube, ich hoffe, die haben jetzt alles, was ich habe, weil ich kaufe natürlich jetzt auch nicht alles bei Globetrotter. Und es ist im Übrigen hier auch absolut keine Werbung für Globetrotter, auch wenn es hier jetzt wahrscheinlich irgendwo, nein, ist egal. Es ist keine Werbung, Leute, ich nutze die Seite nur jetzt, weil das eben ein großer Outdoor-Ausstatter ist. So, ich zum Beispiel habe jetzt für die Wanderung, die ich zuletzt hatte, von Deuter den Transalpin genommen. Das ist eigentlich ein Fahrradrucksack, den hier nämlich. Der hat 30 Liter und genau den habe ich mit dabei gehabt. Der sitzt eben so, also wenn ihr wirklich was Kleines sucht für kleinere Touren, was man sowohl für Fahrradtouren nutzen kann, als auch für normale Wandertouren für kleinere, dann ist der meiner Meinung nach genau das richtige Mittelmaß. Den hatte ich im Übrigen auch dabei, als ich auf der Rom-Tour war, ja? Da hatte ich den genau auch auf. Das ist übrigens aber auch so eine Sache, wenn man auf dem Fahrrad sitzt mit einem Rucksack, ist das alles nicht unbedingt so mega geil. Weil, muss ich schon ganz ehrlich sagen, also es gibt auf jeden Fall, es gibt geilere Sachen, als mit dem Rucksack Fahrrad zu fahren. Deswegen haben wir es ja dieses Mal auch gelassen. Ja, der hat 30 Liter, ist relativ leicht, hat hier so ein, ich glaube, Airstripe-Tragesystem heißt es. Also man hat hier quasi an den Seiten solche Polster und in der Mitte kann eben die Luft ganz gut zirkulieren. Und das funktioniert auch ganz gut, solange man den Rucksack nicht ultra voll stopft, weil wenn man ihn zu voll stopft, hat man das Problem, dass das dann hinten so raus drückt. Ist ein, äh, 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 ja. Das wäre so meine Wahl für, ähm, oh, man kriegt sogar was dazu hier gerade. Lul, müsste ich ja nochmal zuschlagen hier. Ne, da kriegt man auf jeden Fall einiges rein und den hatten wir jetzt mit. Und ich habe einen Schlafsack reingekriegt. Ah, können wir auch gleich zum Thema Schlafsack gehen. Ich packe in meinen Koffer, da gehen wir mal bei Amazon gucken, das ist nämlich der Carinthia, äh, Truppen. Den benutze ich da eigentlich schon seit ewigen, ewigen, ewigen Zeiten. Der hier. Der hat, meiner Meinung nach, extrem geiles, äh, Preis-Leistungs-Verhältnis. 125 Euro ist für einen Schlafsack jetzt nicht super wenig, ist aber auch nicht super viel. Und, ähm, den, ähm, kriegt man halt super klein. Also, ich kann ihn gerne mal herholen, dann seht ihr ihn mal. Also, das hier ist der Schlafsack vom Packmaß, wirklich easy, super entspannt, ja. Ähm, und man kann halt hier ganz geil mit diesen Kompressionsgurten auch noch ein bisschen nachziehen, ja. Das finde ich halt super geil, dass du hier so einen Sack hast. Ich glaube, ich meine, der wird auch von der Bundeswehr eingesetzt. Ich meine, Carinthia unterstützt auch die Bundeswehr. Und wenn man den jetzt wirklich so richtig spaxig zumacht, ist das doch wirklich, äh, also für einen Kunstfaserschlafsack ein super, super geiles, äh, Packmaß. Das ist jetzt in dem Falle die M-Version, glaube ich, in der 1,85er-Variante. Hat mir jetzt hier ausgereicht, wenn ich den Defense, den gibt's auch noch, den größeren davon nehme, brauche ich auf jeden Fall eine Nummer größer. Aber ich bin halt, äh, 1,84,85 groß. Ist der eher für den Sommer oder für den Winter geeignet? Der ist eher für den Sommer geeignet, wie der Name Tropen schon sagt. Aber, gut, das ist halt immer so eine Empfindenssache, ne. Will man eher im Sommer, äh, will man eher im Sommer? Das kann man ja gleich vergessen hier. Das ist eine Empfindenssache, weil die Frage jetzt ist, bist du jemand, der schnell friert? Oder bist du jemand, der Ewigkeiten, mh, ohne Jacke rumlaufen kann und erst im eiskalten Winter sich die dicke Daune rauspackt? Weil ich bin so jemand, ich friehe ganz, ganz selten. Und für mich reicht dieses Ding hier halt bis, weiß ich nicht, wie, also ich hab mit Felix schon bei minus 5 Grad in dem Ding gepennt und es ging. Das ist halt ein super geiler Allrounder für, weiß ich nicht, für alles eigentlich. Der ist jetzt schon so lange mit am Start. Man kann ihn einfach in die Waschmaschine tun. Ist halt auch anders als bei Daunenschlafsäcken. Ähm, ich bin eine Frau, ich friehe immer. Ja, gut, also wenn du schnell frierst, ist er trotzdem der richtige. Aber dann würde ich halt sagen, solltest du bis Komforttemperatur heiß, also die angenehme Temperatur, würde ich sagen bis, ähm, ja, sagen wir, 10 Grad oder so. Also wenn es kühler wird als 10 Grad, würde ich den jetzt, wenn, für die Leute, die schnell frieren, nicht empfehlen. Ist ja auch immer die Frage, was du noch anhast, ne? Wenn du jetzt eine Wollunterwäsche zum Beispiel drunter hast, was dich wirklich empfiehlt, so eine schöne Merino-Wolle, dann hast du da auf entspannt auf jeden Fall auch noch, noch länger was davon. Also dann kannst du den auch bis 0 Grad nehmen. Ich finde das ein guter Allrounder und der passt halt so easy in diesen Rucksack. Easy. Also Merino-Wolle sieht nicht so aus, wie du denkst. Merino-Wolle sieht aus wie ein ganz normales T-Shirt. Auch das hier könnte Merino-Wolle sein, das wirst du von außen so gar nicht erkennen. Ähm, wie breit ist der Schlafsack, passen auch größere Leute rein und breitere. Auf jeden Fall, also ich bin recht schmal gebaut, ich passe da natürlich super entspannt rein und habe auch viel Platz. Meine Arme ein bisschen auszustrecken, ähm, kann mich drehen, kann seitlich drin liegen, das ist bei dem hier recht entspannt. Ähm, die größte Version geht bis 2 Meter Körperlänge und hat von den Maßen her, ich gucke gerade nochmal nach. Also 1,3 Kilo wiegt er auf jeden Fall in der größten Variante, das kann ich dir auf jeden Fall sagen und von den Maßen, I don't know. Ich, ich find's gerade nicht. Musst du mal gucken. Carinthia Tropen heißt der. Ist auf jeden Fall ein super Ding. Kannst du nichts mit falsch machen. Was hält, äh, hältst du im Herbst vom Defense 4? Also ich friere halt nicht so schnell und ich finde der Defense 4, ähm, Leute, für die, die jetzt nicht wissen, was das ist, das ist die größere Version quasi von dem Carinthia, ähm, da schwitze ich einfach zu schnell. Der Defense 4 ist mir zu warm, der ist wirklich meiner Meinung nach nur was für Minusgrade und da die ja normalerweise im Herbst nicht da sind, äh, brauche ich den Defense 4 auch definitiv nicht, äh, ich brauche ihn einfach nicht. Ich habe übrigens auch nochmal jetzt hier den, den Rucksack mitgebracht, ähm, das ist der hier. Was halt bei dem ganz geil ist, ist, dass der hier unten so ein, äh, kommt einfach noch eine Socke raus. Bei mir kommen immer irgendwo Socken raus. Ich habe ganz oft einzelne Socken irgendwo rumfliegen. Der hat eben unten ein Trennfach, so ein Wäschefach, ja. Das ist halt sehr, sehr praktisch. Man hat hier auch noch, ähm, das Raincover, das ist hier schön drin. Sieht bei mir natürlich jetzt schon ordentlich gebraucht aus. Ist auch der, wo ich damals gestürzt bin. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob man es jetzt hier sieht, sind auch einige Stellen schon kaputt. Das hier ist halt theoretisch, ähm, ein Helmfach, ne, dieses Netz hier vorne. Hatte ich jetzt immer meine, ähm, Fließjacke drin. Hier hat man halt eine echt gute Zuteilung, wo man noch so zwei Netze hat. Ähm, dann kann man hier, ähm, reißverschlusstechnisch noch was anbringen. Ist auch nochmal so ein kleiner Klipper dran. Hier innen ist es auch sehr gut sortiert, finde ich persönlich. Man hat hier so ein extra, ich weiß gar nicht so genau, wofür das hier ist. Also, wenn ihr das wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Könnte man jetzt, ich glaube, der ist noch drin, der gute alte Göffel, den könnte man jetzt hier zum Beispiel ganz gut reintun. Und der passt halt auch ziemlich genau rein, ne. Solche Details, äh, kann man da halt gut verstauen. Also man hat auf dieser Seite hier so ein größeres Fach. Und hinten aber auch nochmal. Genauso kann man dann aber eben hinten, hier sind jetzt zum Beispiel immer ein paar Taschentücher drin. Kann man hier eben zum Beispiel die Polsterplatte rausnehmen, wenn man keinen Bock auf die hat. Und, und das ist hier halt bei mir immer drin, der Trinksack ist da drin. Der dann hier oben durch, und das ist super wichtig, dass das dabei ist. Hier kommt mein Finger wieder oben raus. Ähm, da steht meistens auch H2-0 an dem Rucksack dran. Da kann eben dann ein Trinksack angebracht werden. Der hat auch so ein richtiges Tragesystem. Hier ist es, ne, mit dieser Polsterung. Man hat oben Lastenkontrollriemen, ne, wo man das Ganze fester machen kann oder weniger fest. Ähm, man hat einen Hüftgurtenrichtigen, der halt auch schön belüftet ist. Das, finde ich persönlich, reicht halt normalerweise aus. Es kommt aber eben drauf an, sehr drauf an, was man machen will. Wenn man jetzt natürlich eine große Kamera mit hat und ordentlich filmen will, so wie ich es ja auch oft tue, dann reicht der definitiv nicht aus. Das ist ganz klar, ne, dann, dann, äh, braucht man schon ein bisschen was, äh, Größeres. Wir können auch gleich nochmal auf den größeren Rucksack eingehen, den ich habe. Ich habe ja noch einen viel, viel größeren Rucksack gleich als Alternative. Und ein Mittelmaß fehlt mir da an der Stelle tatsächlich so ein bisschen. Weil es gibt natürlich auch Rucksäcke, die so um die 50, 55 Liter haben. Ähm, oder 45. Das ist dann schon was anderes. Ich habe jetzt gerade einen da, den habe ich mir geliehen von der Nini. Ich habe, ich kann ja einfach mal, ich hole einfach mal die zwei größeren, ähm, Rucksäcke. Das halbe Wohnhaus. Ja, das, das, das halbe Wohnhaus passt definitiv rein. Wir können ja ganz kurz, wenn wir schon dabei sind, auch nochmal zum Thema, ähm, Isomatte kommen. Ähm, das ist nämlich so eine hier. Schaut mal. Das hier ist das Packmaß einer wirklich kleinen Isomatte, die ich mir leider zerballert habe. Die ist in dem Fall jetzt von Kido, habe ich mal zur Verfügung gestellt bekommen. Gibt es natürlich auch von zig anderen Marken. Und das ist halt wirklich ein Ding, da kann man mit so einem Luftsack Luft reinfüllen. Ähm, das ist, müsst ihr euch wirklich vorstellen, wie so eine Tüte, wo man Luft reinlässt. Unten ist ein Ventil dran, dann dreht man die Tüte zu und dann strömt die Luft automatisch in die Isomatte. Ähm, die ist halt super leicht, wiegt irgendwie, ich denke, um die 500 Gramm. Passt halt auch immer mit. Ähm, wenn das aber nicht reicht, äh, hole ich auch gerade nochmal was anderes her. Schaut mal. Wenn ihr jetzt wirklich irgendwo hingeht, wo es, ähm, buschig ist, wo irgendwas ist, was, was die Matte zerstören könnte, dann ist das hier wirklich die perfekte Idee. Okay, weil das hier kann halt nicht wirklich kaputt gehen. Das ist richtig robustes Styropor, so ein beschichtetes, ist die Thermarest Z-Lite. Die haben, glaube ich, die meisten Bushcrafter und Leute, die irgendwie viel draußen sind irgendwie, weil das einfach ein geiles Ding ist. Die kostet so um die 50 Euro und geht halt einfach nicht kaputt. Klar sieht die hier schon ultra benutzt aus, aber das, ich liebe dieses Ding, weil es halt, vom Packmaß ist es scheiße, ganz klar. Die ist aber nicht so schwer und man kann sie halt so aufrollen, ne. Hat dann so ein Eierkarton, ähm, Optik. Ähm, dadurch isoliert sie halt eben auch ein bisschen, ist aber halt nicht super dick, ne. Im Winter ist das beides nichts. Also ist für mich, gibt es halt wirklich zwei Optionen, was man nehmen kann, um irgendwie, ähm, eine gute Unterlage zu haben. Entweder ihr nehmt, ähm, ihr nehmt, ähm, eine Luftmatratze, oder ihr nehmt eine Isomatte, also eine Styropor-Schaumstoffmatte. Diese zwei Optionen kenne ich oder diese zwei Optionen finde ich eben gut, ne. Gibt sicherlich auch noch andere Sachen, ähm, aber, ja. Es gibt noch selbst aufblasbare Matten. Finde ich aber nicht so geil, weil die dauern einfach ewig und sind vom Packmaß riesengroß. Der Trend geht halt ganz klar zu diesen ganz kleinen Ultraleitmatten. Hatte ich jetzt auch dabei auf der Tour, da braucht man halt irgendwie eine Unterlage, ne. So eine, weiß ich nicht, irgendeine Plane oder sowas. Irgendwas Dünnes am besten, natürlich auch was Leichtes, wenn ihr auf Ultraleit unterwegs seid. Und dann passt das schon. Also das ist auf jeden Fall, ähm, so das, was ich irgendwie dabei habe. Wenn ich diese Matte mit habe, diese, äh, Z-Light, also sprich die hier, dann habe ich aber auch einen ganz, ganz anderen Rucksack mit. Und entweder sowas hier mit, das ist jetzt in dem Fall eine größere Sache von Tasmanian Tiger. Ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt, müsste ich tatsächlich nachsehen. Der hat halt super, super, super viele Optionen, ne. Der hat jetzt, glaube ich, 40 Liter, hat auch ein extrem robustes Tragesystem, welches man in der Höhe sogar verstellen kann. Und man hat halt auch hier ein großes Hauptfach. Ich habe halt hier noch Sachen drin. Ich habe noch nicht mal geschafft, das alles wieder auszupacken. Ähm, und man hat halt drei, und das ist die Besonderheit, drei Fächer, wo man vorne zig Sachen reintun kann. Also hier kann man wirklich Ordnung halten, das ist der blanke Wahnsinn. Was mich nur persönlich nervt, die sind halt super robust und dadurch kommt man, diese Fächer gehen sauschwer zu. Weil immer irgendwas nervt. Also die gehen schon zu, aber halt nicht wirklich, wirklich gut. Das ist auf jeden Fall ein richtig nicer Rucksack. Ähm, der halt auf jeden Fall, Tasmanian Tiger, an der Stelle eine große Empfehlung, wenn man Geld übrig hat, nur dann, weil die sind teuer, sehr, sehr teuer, aber die halten ein ganzes Leben. Also ich habe meinen Tages-, ich habe noch so einen kleinen Rucksack von denen, die halten und halten und halten nochmal und nochmal und nochmal. Die gehen nicht kaputt. Kannst du vergessen, du kriegst die nicht kaputt. Und du kannst halt überall, und das ist ja das Besondere an denen, an diesen Ösen hier, die haben ja überall solche, ich glaube, Molleschlaufen oder sowas nennt sich das. Ähm, oder Mullschlaufen. Ne, Molleschlaufen, glaube ich. Da kannst du halt was anbringen überall. Wo liegt der preislich? Der Rucksack hier, dieser hier, ich schätze bei 200 Euro, wo wird der liegen? Also ich kann den mal gerade raussuchen. Ich muss mal gerade bei Tasmanian Tiger gucken. Der kostet dann tatsächlich, boah, Leute, es ist der Wahnsinn. Hier ist er direkt bei Tasmanian Tiger. Ähm, kostet 280 Euro. Das ist eine Menge. Muss man sich gut überlegen, ne, ob man das wirklich ausgeben möchte dafür. Also ich kann gut verstehen, wenn ihr sagt, ha, das geht zu weit. Der hat eben hier noch innen solche Klipper, wo man Sachen anbringen kann und so. Ähm, der ist schon wirklich sehr, sehr gut. Und der hält halt auch ewig. Die Frage ist halt nur, hat man das Budget oder hat man es nicht? Und vor allem ist man bereit, es auszugeben. Weil ganz, ganz klar, eine Sache bei Tasmanian Tiger ist schon, ähm, wenn ihr so ein Ding kauft, ihr habt es das ganze Leben. Also davon könnt ihr auf jeden Fall ausgeben. Den gibt es in Schwarz, in so einem Kaki und in Olive. In dem Fall war das jetzt die Olive-Variante. Ja, und da kommt man auf jeden Fall gut über so eine Lost Place Tour. Da kann man halt sehr, sehr gut sortieren, ne. Mir ist es immer wichtig, dass es zumindest einigermaßen ordentlich ist im Rucksack. Es muss nicht perfekt ordentlich sein, aber so eine gewisse Ordnung ist auf jeden Fall nicht verkehrt, Leute. Tschüss!